Musik So herzlich willkommen zu einem neuen Let's Hunt. Heute spielen wir Dragon Slayer. Ein altes Adventure, das jetzt neu erschienen ist auf Steam, in einer bearbeiteten Version. So, dann würden wir sagen, wir fangen gleich mal an. Das heißt, wir spielen Modus Schwierigkeiten. Nein, das ist in Ordnung. Ancademus machen wir Home Modus. Wir starten. Okay. Wo ist die Leertaste drücken, damit direkt das Schwert schwingt? Wunsch, das war die richtige Bewegung. Okay. Oh nein, du hast nicht rechtzeitig nähert, dass du angetippst. Das nächste Mal etwas schneller. Und oben sind meine Punkte oder was? Sand. Jetzt gucken wir mal. Oh scheiße. Wir haben auch nur noch eine bestimmte Anzahl an Leben. Ach du meine Fresse. Ja, mal gucken, wie da wollen wir versagen. Wenn du das reischt hast, die genügend gefallenen. Hä? Ich hab doch... Ich hab doch... Hä? Achso muss ich dann danach noch was machen oder was? Ich hab die Katastrik gesehen. Hm. Haha. Komplett versagt. So weiter spüren. Hm. Oh, schnell. Hopp. Hopp hoch. Das war... Shit. Oh man, ich hab's doch gedrückt, Mensch. Hm. Haha. Wäre ich falsche Tassen drüben, was hier noch so scheiß. Auch cool. Hm. Hm. Ach, scheiße. Ich hätte noch links drüben müssen. Oh Mann, oh ne da. Save me. Hm. Haha. Haha. Hm? Haha. 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 Oh oh. Oh du meine Fresse! Ah shit! Da kommen beide Spielen drauf! Oh gedüttelt! Ja! Ich hab's doch noch! Ach mannometer! Ich hab gedrückt Mensch! Ahem! 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 Hallo! Ich hab nach oben gedrückt! Oh du Mistding! Willst du mich ärgern? Hm! Boah! Das war so scheiße! Das ist so meine Hass äh! Das soll ich sch- Ja danke! Oh shit! Schon wieder verhaftig! Jetzt aber! Oh! Na also wie doch! Hm! Ach du heilige! Save me! Oh oh! Hallo! Ach manometer! Muss man da schnell sein manchmal! Das gibt's gar nicht! Also echt keine 2 Sekunden zu überlegen! Das war ja früher alles kein Problem! Wo die Rombuder langsam waren wie solche finster! Da hat sie 3 Stunden zu überlegen gehabt! Ach scheiße! Links, rechts, rechts hoch! Oh Mann! Oh wieder! Mein Leben sind gleich wieder weg! Ach scheiße! Ich töte dich noch hundertmal! Ich kann's vergessen! Ja weiter spielen! Ich krieg mich leider nicht mehr! Wieso? Ich drück doch nach oben! Was soll ich denn noch machen? Also links, rechts, hoch! So da! Hol! Hoch! So! 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 Oh! Ich drück nach oben! Oh! Genau wenn's erscheint! So! So! Oh, er hat mich tot. Schön für dich. Fech gehabt. Ich will dir jetzt auch nicht helfen. Jetzt lösen wir mich ärgern. Oh, es geht nicht. So, zack. Zack. Oh. Oh. Hallo, ich hab nach drüben gedrückt. Wie schnell muss ich denn nach drüben drücken? Überhaupt, du kannst die gerne auf Spiegel schicken. Du musst einfach nur die Dusty, die dort erscheint. Hallo? Ich hab nach drüben gedrückt, Mensch. Wie glaubst du mal? So hoch. 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 Oh, da nüber. Ich hab gleich, ich hab echt große Lust, da einfach die Dusty zusammenzustecken. So. Geht's jetzt endlich? Da. Soll ich die nicht erwischt hätte, die die nicht natürlich die Gries kriegt? Ja, okay, ich war selber schuld. Ich hab zu langsam gedrückt. Ich hab gedrückt, aber zu langsam. Ich geb's zu. Oh, zack, zack, zack. Meine Fresse. Hopp. Oh, meine Fresse. Warum eigentlich schon wieder? Oh, ja. Oh, oh. Oh scheiße! Oh meine Fresse! So, so rum, dann so rum, dann so rum, 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 so rum! Was? Du witter? Hä? Wieso spiele ich hier mehr und dieselbe Szene? Kann mir nur einer verraten? Lauf doch schon im Kreis! Hallo! Die Szene ist schon mal gespielt und schaust dir trotzdem das letzte Szene! Hm, so blöd zum Zocken! So, weg! So rum, dann so rum! Was war ich da? Ich komm mir alles so bekannt vor! Das kann doch nicht sein! Hallo? Ich hab gedrückt! Ich hab gedrückt, Mensch! Ich hab gedrückt! Okay, das kann ich schon immer... Das war jetzt auch fies! Ah! Hallo? Ja, bist du schon wieder tot? Das tut mir leid! Nicht! Oh, scheiße! Ja, ich weiß! Ich hätte leertassen drücken müssen! Ich weiß doch! Hä? Was musst du denn jetzt schon wieder drücken? Ich hab nix gesehen, sonst hab ich's gedrückt! Da war nix zum drücken! Das ist... Mein scheiß Gutschen ist auch zu groß für dieses blöde Spiel! Die war ja damals auch kleiner! Ach so rum! Hallo? Das ist dann... Du wirst schon... Du guckst da drüben, weil der Rinder ja da drüben ist und du... Du musst irgendwie... Ich glaub ich muss das Bild einfach kleiner machen, das kann gar nicht sein! Vorbei spiel ich's net beim Fullscreen extra! Damit ich nicht so viel zum Klotzen hab! Aber ich muss mich einfach ein bisschen zurücklehnen, vielleicht geht's dann besser! So hoch! So da lang! Zurück! So jetzt weiß ich zumindest, dass ich da hin muss! So hoch! Du MEINE Fresse! So, zuck, zuck, zucker... Hu 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 hu! Och Scheiße! Nach oben hätt'hätt' ich gemüsste nix 효 Medicare & Coupение...! Ja guck mich net so an. Ich kann nix dafür! Das ist das Spiel, nicht ich. Das ist einfach nicht für mich gemacht. Ach Mist! Alles ausreden. Ob ich das nicht schaffe. Dra und rüber. Hoch. Unter. Hoch. Schwer. Rüber. Hoch. Was? So wieder? Er spielt nämlich doch Dissen, oder? Ach Scheiße. Jetzt geht es in die andere Richtung, oder was? Ja, das Spiel will mich dissen. Ich habe mir die Bewegung schon eingebringet. Und jetzt geht es genau in die andere Richtung. Ich darf es nicht. Ja. So. Hallo! Achso, ich werde dann... Ah ja, stimmt ja! Ach ja! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich hasse dich, du Dreckstiel! Ich hasse dich! Du bist als Systemat! Du... ... 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 I ... ... ... ... ... Oh Gott, ich hab mal rüber gedrückt. Mit mir halt 2 Sekunden mehr Zeit. Das ist echt scheiße. Oh scheiße. Jetzt kann ich nochmal oder was? Na, ich muss nicht nochmal von vorne oder? So, weil ich jetzt die Böhleleertaste zu spät erwischt habe und die andere Taste gedrückt habe. Oh Gott. Oh, du musst das nochmal machen. Oh, ich bin nicht fast. Okay. Oh scheiße. Nein. Hahaha. Sieht mal cool. Hallo, ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich hab auch genau die Taste gedrückt. was ist das mal was mit der blöden Taste? Geht die nicht oder was? Kann doch nicht sein. Wie schnell ... Hä? Oh, das geht doch. Das kann echt nicht sein. Willst du mich verfeiern? Wie oft kann man das so scheiße machen? Das ist ja Recycling vom Feinsten.